herzlich willkommen zu einem neuen projekt und zwar heyday zuschauer farm dekorieren wir dekorieren hier tamis farm und ja das ist das alte layout also das was sie im moment benutzt und ich habe mir da auch schon eine vorzeichnung gemacht wie ich wie ich es haben will ich habe die jetzt hier auf dem bildschirm also nicht wundern wenn ich es auf nach rechts gucke dass die vor skizze beziehungsweise nur von einem modell was ich da reinpacken will die habe ich schon gemacht den rest werde ich jetzt spontan machen und bei dem modell das werde ich wahrscheinlich gleich vorspulen wir werden das hier benutzen wir dürfen alles benutzen hat sie gesagt ich fange erst mal damit an was das überhaupt egal ich wollte wo ist das denn ach hier ist es aber okay genau die erst mal hier entpacken ich weiß gar nicht ich mache ich mache einfach erstmal das ist jetzt wie gesagt alles spontan ich glaube es passt gar nicht nebeneinander ne passt nicht wenn man da einfach mal das dünnergatter hinpacken sie hat jetzt nicht so viel geld zur verfügung leider das natürlich ein kleiner nachteil aber soll erst mal egal sein das geld das werden wir gleich noch brauchen für das was ich vorhabe ein ziegengegen hat sie soweit ich weiß noch nicht ne hat sie noch nicht deswegen werden wir jetzt auch erstmal noch noch nicht viel dekorieren wir werden ja erstmal nur die ganzen produktionshäuser hinpacken zum beispiel hier packen wir auf jeden fall scheune hin silo und ich passt das noch dazwischen ach kack ding scheune silo und da haben wir noch ein hühnergatter ups ja so kann man es machen warum hast du das nicht erinnern wie dumm ist das denn dann lieber so dann sieht es so besser aus okay hier wollte ich was wollte ich hier machen genau futtermühle die ist unabhängig von restlichen produktionsgebäuden noch ein bisschen hoch schieben so das sieht doch schon mal ganz schick aus so eigentlich wollte ich auch einen weg noch hin machen und so weiter und so fort aber wie gesagt Tami hat leider nicht so viel wie gesagt packen wir erstmal die gebäude die wollte ich oben hin machen ich wollte eigentlich so eine art gehege basteln für die gebäude was sie machen später okay das hat es noch und erst mal durchgucken dekoration für mauern und wie viel wege hat sie denn 40 wege um das zu tun saun damit was anfangen also ein rahmen können wir so auf jeden fall wie ich machen weiß ich jetzt nicht ich würde dann vielleicht einfach das ist noch nicht wie das aussieht erstmal gucken würde mich gerne den das den Prozent an der geplatz des bootes mit dem genau mit hier verbinden weiß ich das nicht so schick aus wird noch gemacht klar moment es muss ja kein doppelweg sein erstmal aber der starter sollte schon doppelweg sein glaube ich finde ich aber warum geht das denn immer runter das ist doch scheiße ja so wie ich das schon lassen eigentlich mag mal die häuser noch da rein wenn wir dann umrahmen kann sagt gemeint special idee erstmal so reinpacken dass ich sie alle zentral haben alle separat habe okay fast separat so separat sind jetzt auch nicht aber fast das schmelzofengörter ich mich auch eigentlich nicht dazu im packen da unten hin mal gucken ob ich dafür noch platz habe jubiläer eigentlich auch nicht habe ich auch separat war genauso wie honigschleuder handkocher kommt da rein und die suppenküche ich würde das so vorschlagen dass er so machen nach wichtigkeit ordnen das war erst mal genau wir brauchen jetzt mauern mauern und zäune am besten nicht noch irgendwo ein wenn man 9 9 wege das auch gar nicht soll noch wege durchziehen aber das kann ich leider nicht machen ich kann natürlich ein weg in die mitte ziehen das teste ich einfach mal aus ich weiß nicht wie das aussieht wir ziehen jetzt ein weg in die mitte mit dem dunklen weg von da aus wenn jetzt zäune losgeschickt werden mal kurz hier alles voll auch ein bisschen zäune aber wie machen wir das dann dann könnt ihr ja auch quasi so an den rand stellen vielleicht sogar so ja wie gesagt alles spontan ich habe hier nichts vorbereitet speziell die einzelne einrahmen kann ich auch daran anlehnen ich weiß noch nicht genau wie ich es mache ich glaube ich stelle die erstmal hier dran und mache einen Zaun drum so erstmal den Zaun den kann ich ja auch so lassen das sieht schon besser aus vielleicht noch ein bisschen besser ich glaube ein bisschen von der Molkerei hat genug Zäune aber das passt doch so war da schon eines ah ok deswegen mache ich den Weg am besten weg das ist blöd oder aber eine blöde Idee mit dem Weg aber vielleicht ist ja in der Art nochmal irgendwie möglich hier zu machen ne gewisse Ordnung habe ich ja schon bei wie ich die hier aufstelle also nicht wahllos hier würde ich jetzt nichts mehr drum machen so ja wie mache ich das dann aber wenn ich wenn ich gleich mit dem Platz ausgehe das wird ein Problem werden das werden wir dann sehen vielleicht packe ich sie dann auch einfach an die andere Seite des Weges eigentlich auch ne Idee ich hoffe nochmal dass der ja warum verbindet er sich nicht habe ich irgendwas verpasst ne ist auch egal so dann kann ich das auch wieder hoch schieben sieht ein bisschen besser aus genau jetzt weiter dass die alle da dran passen oder ja wo ist mein Haus hin no oh Gott ist auch weg achso ja ähm ja ich lass die einfach da drin und umrahmen die auch mit dem Zäunchen mach ich halt so Öffnung rein mach ich halt so Öffnung rein wow was war das gerade abgeschmiergelt so ich würde das wie gesagt so machen das ist jetzt aber nur der Notfallweg weil wir keine kein Geld für Wege haben kann ich auch direkt hier noch einen hinter setzen hier noch ne Lücke frei alles miteinander vernetzt hier oben lass ich jetzt mal keine Lücke oder? ah doch mach ich mal hier hin die grölle packen wir hier hin dann kann sie immer noch weiter verbessern dann kann sie immer noch weiter verbessern So sollte es eigentlich nicht sein, aber na gut. Da hin, da hin, da hin. Obwohl, hier muss ich glaube ich doch wieder einen Platz offen lassen oder. Hier lasse ich einfach mal einen offen. Ne gut, dann mache ich das einfach so, das geht ja auch. Ja, das kann ich auch so machen, so, so. Ne, da muss er stehen bleiben Den kann ich wegnehmen Okay, das passt auch soweit Kann ich offen lassen Fitt mir nur noch die Verbindung zu dem Kuchenofen Gucken wie es sein muss Der muss weg Am besten Ist hier so ein Angelpunkt Der hier muss weg So würde ich schon lassen Lass sie doch Arm und Lahnkocher Ich vergesst Ups Reingetheatet Egal Einfach reingetheatet Was ist das Ding Ich dachte mal 10 auf den hier unten rein So Die Grill braucht Ey Das war unfair Die Grill braucht auch noch Offenheit Es fehlt noch die Eismaschine Die ich hier reinpacken Den Popcorn Dings Echt jetzt No Jetzt wird's kuschelig Ich kann die beiden auch noch tauschen Für die Zuckermülle Finde ich leichter was Als für den Popcorn Top Eigentlich Ach der ist der Passt ja nicht hin Alter ist der fett Vielleicht muss ich das ja wegnehmen Was ist das denn Ernsthaft So passt er denn Jetzt passt da kein Zaun mehr drum Das ist blöde Das ist doch gut Jetzt kann ich eine Zuckermülle Da hinpacken Mit dem Ladenkocher Eigentlich auch noch dahin Aber Wenn ich den noch runterschiebe Eins Ups So machen wir's Brauche ich nur noch ein bisschen Zaun da drum Hier So ist es okay So jetzt können wir hier hin Ich würde sagen Die Würde ich hier Hier dran stellen Ah Jetzt liege mal einen scheiß Knopf Falschen Kackknopf Der Nektar Menschen würde ich auch da dran stellen Nektar 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 Die Bombe würde ich geordnet aufstellen Jetzt gucken wir Jetzt gucken wir Wie Platz ich jetzt gleich noch brauche Nektar Hier geht's Und dann könnt ihr mir Nehmen Sie sich Wie river Ich sähe die Bombe Und dann kann nur noch ein bisschen Und dann können wir jetzt hier mal wieder hin Und dann bin ich mit dem auseinander auch Platz bis zum Haus normal okay, jetzt wollen wir nur mal die 21 Nektar Büsche unterbringen die werden wir am besten hier in einer Reihe lang ziehen da kommt auch an, wo wir die Honigschleuder hinpacken und die Felder ich würde sagen, wir machen das mit den Feldern und der Honigschleuder ähnlich wie mit meiner ersten meiner zweiten Farm ich habe zu wenig Platz, das merke ich jetzt schon ich mache nur eine Reihe mit Nektar Büschen bis zum nächsten Mal da fehlt nur einer so als würde ich halt die Felder rumziehen das ist nicht schlimm dass das ein bisschen länger ist da hast du eh noch nicht alle Felder aber so sollte es dann trotzdem eigentlich gehen vom Aussehen her okay fehlen noch die Haustiere die würde ich einfach hier unten hinklatschen weil ich kein großes Krille beim Wimmen draus machen ach ist doch ein Ziegengege okay ein Nektar wo spielt noch den werden wir jetzt fürs andere Layout brauchen ich habe hier nämlich vor ein Pferd zu basteln aus aus unten unten , unten oder oben Jetzt wäre ich total raus Aus irgendwas Ich weiß gerade nicht was ich sagen wollte Aus Nektarbüschen auf jeden Fall Wir brauchen einiges An Nektarbüschen Jetzt einfach mal hier hinstellen Ich glaube braucht die auch hier ungefähr Die ist ein bisschen teuer Wir brauchen so um die 100 denke ich 100 bis 200 brauchen wir denke ich mal davon Ich wollte es eigentlich erst mit Heuballen machen Aber die sind noch teurer Deswegen nehmen wir die jetzt Geht doch mal an der Skizze Ich weiß nicht wie gut das Feld dann aussehen wird Aber Denk mal auch dass ich das vorspüren werde Sind hier Total vergammelt Das ist ein bisschen Das ist wirklich ein bisschen so ja die skizze habe ich mir extra vorgemacht damit ich jetzt weil sonst während man kommentiert da noch sobald zu überlegen das dachte mir schon dass das schwer ist und deswegen habe ich es auch nicht gemacht so was haben wir ich habe mir das ja alles ausgerechnet wie viel ich wofür brauche und so weiter es ist natürlich alles ist eine kacke im weg sollte man nicht in die quere kommen normal hoffe ich aber wenn ich dann gebe ich damit damit das weg ist das darf jetzt nicht im weg sein ich glaube es ist aber nicht ein stück ich alles noch mal ein stück hochschieben muss ich muss wahrscheinlich komm mach mal alles alles um zwei nach oben ja Was soll ein Pferd da stehen? Wenn ich weiß, man erkennt es noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob man es erkennt. Es ist nur eine Skizze von mir, man sollte es noch mal erkennen. Ich werde es auch noch mal umrahmen, wenn es fertig ist. Ich weiß noch nicht, womit. Mal gucken, was wir zusammen im Shop und was günstig ist. Ich weiß noch nicht, womit. So. Weiter geht's. Ähm. Da war ich stehen geblieben genau. Machen wir da noch einen Busch hin. Ich hab mir das halt extra vorgezeichnet, damit ich halt nicht irgendwie in Überlegung falle und so. Und deswegen hab ich mir ja schon vorher überlegt, was ich machen will. Und sowas dann einfacher für mich. Ja. 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 Das wär mir nämlich im Weg gewesen. Dachte ich mir schon. Okay. Jetzt muss ich ein bisschen überlegen, passt das wenn ich das so mache? Ich glaub ja. Sollte passen eigentlich. Sollte passen eigentlich. Och so. Ähm. Ich weiß nicht. Wir sind ja nicht von Jungen. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Nöne Bösen. weil ich der Kompang und nicht viele Götäle zu ihr habe. Jetzt kommt der Hals Ich hoffe man erkennt das auch Jetzt kommt der Hals Jetzt ist mir das natürlich ein bisschen im Weg. Jetzt ist mir das echt im Weg. Jetzt ist mir das einfach hier runter. Ja. Passt schon. Passt schon. Jetzt kommen noch die... Dann soll ich das auch mal. Vielen Dank. Oh du hast zu viel. So. Fehlt noch das Auge. Was könnte denn ein gutes Auge sein? Oh nein. Das ist gekauft. Oh nein. Ich wollte mir das nicht... Oh. Ja, machen wir es so. Ich kaufe hier noch einen Busch. Kann sich auch so ein Satz Auge nehmen will. Und da da. Da ist das Pferd. Sieht cool aus, ne? Meine Skizze war super. Yay. Das ist die neue Farm. Von Tami. Jetzt könnt ihr nochmal anfangs gräumen, weil ich kann nicht mehr zurückgehen, weil ich müsste die ganze Honigbüsche platzieren. Neue Farm versus alte Farm. Schick, schick, oder? Also mir gefällt's. Ne, fällt sie cool aus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr auch eure Farm dekoriert haben wollt, dann müsst ihr mich anschreiben. Und es mir sagen. Und natürlich dann auch, was ihr haben wollt. Das war jetzt so eine Eingebung von mir, das Pferd. Es könnte sein, dass ich bei manchen dann nicht so gut dekorieren, Dekorationen rausbringe. Je nachdem, was ich für eine Idee hab. Hier hatte ich jetzt halt die Idee mit so einem Pferd. Habe ich mir auf, skizziert, 3D gezeichnet und draufgebracht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao. Ach ja, und schreibt eure Meinung in die Comments. Möcht' ich auch noch wissen.